Mein Name ist Wolfgang von Kellermann. In meiner Jugend war ich einer der besten Piloten Deutschlands. Ich kämpfte in vielen Schlachten und erhielt viele Orten, die mir aber nichts bedeuten. Es war einfach zu leicht. Ich suchte den blutroten Himmel des Ersten Weltkrieges nach einem würdigen Gegner ab. Einem, der meiner Seele durch das Feuer, den Wind und das Blut des Luftkampfes Ruhe verschaffen würde. Aber im Laufe des Krieges kam ich verzweifelt zur Erkenntnis, dass es wohl keinen würdigen Gegner gab. Es gab keine Herausforderung für mich. Ich war mit einem unheimlichen Fluch zum Töten geschlagen, die ihresgleichen suchte. Man nannte mich Ostwind. Schließlich habe ich mich meinem zwecklosen Schicksal ergeben. Dann kamen Gerüchte über einen Piloten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten auf. Ein Ausländer. Ein Amerikaner. Solch ein enigmatischer und todbringender Mann. Seine Kanzaden bestritten, ob er überhaupt existiere. Man sagte, es ist der Satan selbst, der für die Amerikaner fliegt. Nach monatelanger Suche hatte ich jede Hoffnung aufgegeben, diesen Piloten zu finden. Dann war er plötzlich hier. Und was ich sah, war überwältigend. Da wusste ich, dass es meine einzige Aufgabe war, gegen diesen amerikanischen Piloten zu fliegen. Wenn ich sein Gesicht sehe, werde ich mein wahres Ich erkennen. Davon war ich überzeugt. Satan warf den Federhandschuh hin und ich nahm ihn auf. Er flog, als ob der Himmel selbst sein Flugzeug in seinen Armen wiegen würde. Aber er kämpfte mit der Wut der Hölle. Ich hatte noch nie heftiger und heroischer gekämpft als an jenem Tag. Aber ich konnte nur hin und wieder die O-Bahn gewinnen. Ich bin capacity- und wieder die O-Bahn gewinnen. Ich habe ihn dafür gemacht, und war es nicht mehr für mich. Ich werde mich das hier geweißer. Ich werde mich überprüfen. Ich habe ihn dabei gemacht, und war es nicht mehr, was ich dazu ein wunderschön. WDR mediagroup GmbH Ich war besiegt. Und ich konnte nur an eines denken. Ich muss sein Gesicht sehen. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Er salutierte und flog weg. Eine einfache Geste. Aber doch das größte Kompliment, dass sich Gegner machen können. Und auch seinen Gruß nicht erwidert. An diesem Tag ging es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um die Ehre. Und ich habe versagt. Sein Flugzeug war stark beschädigt. Und unter dem Beschuss meiner Piloten war er verloren. Wenn man ihn tötete, würde niemand etwas von meinem Versagen erfahren. Und ich könnte in die leblosen Augen des Mannes blicken, der mich besiegt hatte. Und ich wäre wieder einmal unbesiegbar. Und ich wäre wieder. Mein Name ist Wolfgang von Kellermann. In meiner Jugend war ich einer der besten Piloten Deutschlands. Man nannte mich Ostwind. 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 Vielen Dank.